recht herzliches hallo zu diesem ganz kleinen kurzen info video am heutigen sonntag ja heute kommt kein video dafür starten wir morgen wieder vollgas durch grund heute sehr schönes wetter und da bin ich doch heute lieber draußen unterwegs aber jetzt am abend dann und so kann ich wieder ein paar sachen aufnehmen für morgen da geht es noch wieder weiter für alle mxgb total war war heimer kommt definitiv eine runde homefront die schön langsam mal vom angespielt her auch in die letzte phase mal rein geht schön langsam war der cgt masters muss ich mir überlegen oder ob ich nicht noch ein formel 1 monaco vielleicht fahre das muss man auch überlegen ob sich das bis montag ausgeht weiß ich noch nicht aber bis spätestens dienstag mit ein formel 1 oder ein adrc gt masters wieder auch hier am kanal zu sehen sein ja und was gibt es noch zu sagen ja 1376 abonnenten wahnsinn wahnsinnig kann man erinnern wie man die 1000 gefeiert haben aber jetzt alleine durchs mxgb sind hier etliche neue abonnenten dazugekommen sehr geil bevor man noch einmal hier bevor ich hier reingehe und einmal das durchlaufen las dass ihr lesen könnt ob ihr da vielleicht auch schon dabei seid auch ja ich werde jetzt lassen wir schon langsam einen neuen namen überlegen ja ich weiß es nicht ihr habt sicher auch weiter es ist kann man eh schon ein paar gute vorschläge irgendwann irgendwann muss ich mir noch überlegen bernie motorsport and more oder irgendwie so das natürlich ist die frage und da hat sich gerade der joy wird abgedreht von mx was man das gehört hat ja da gibt es einige möglichkeiten lp ja puh bernie motorsport and games oder irgendwie so also irgendwas mit den anderen also mit motorsport und dann zusätzlich noch was eben sonst noch so unterwegs ist shooter mäßig und auch strategie ist natürlich ein bisserl blöd die kombination aber ich spiel das auch gerne will da auch den einen anderen der sich das gerne anschaut mit euch dann auch teilen auch gewisse shooter die ich gern spiele oder zumindest einmal anspiele auch weil meistens bleibt dann eh nicht viel mehr zeit ja ich weiß elenoir muss ich auch dann weiterspielen aber das ist eh nicht so dramatisch da geht es dann wieder weiter mass effect muss ich auch weiterspielen aber da haben wir auch genug zeit bis das neue herauskommt so wenn da wieder ein bisschen flaute ist mit den ganzen spielen dann wird es da auch wieder weitergehen ja bernie motorsport and more ich weiß nicht irgend sowas in die richtung bei einem baum glaube ich klingt dann nicht so geil im titel an sich ein neues logo werde ich mir vielleicht ich weiß nicht irgendwas wo 2b bb irgendwas bb oder bm für bernie motorsport ich weiß nicht bernie motorsport bb für bernie baum das ja ist eine gute ist eine gute frage geben einfach mal bb ein britisch petrol nein natürlich nicht ähm bilder... bilder puuuuuh was gibts denn da alles muss ich noch extra logo moment einmal bb logo nom a livia liebe logo bb bibb 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 puja auch geil zweimal so baby body Baum. Boah, da wird es eh schon einiges geben auch. Hier mit einem Diamanten, das beißt nicht so. Ja, Rennsporttechnisch, Gaming. Hm, das sieht schon auch geil aus. Ich weiß nicht selber was erfinden. Hm, ist natürlich schwierig. Bad and Breakfast. Ist auch geil. Äh, ja, 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 ja. SV Berlin, Brandenburg. Ja, gut, so was würde ich alleine auch noch hinkriegen. Ja, irgendwas muss ich mir da überlegen. Irgendwas muss ich mir da überlegen. Bibi. Vielleicht hab ich hier auch Vorschläge. Gut, da suchen wir jetzt nicht lange herum, das ist ja. Jo, so sieht das aus, wenn es hochlädt bei mir, wenn es, wenn das vielleicht auch interessiert. Zurück zur Bearbeitung hier, das Thumbnail einfügen. Hier kann man das Ganze planen. Bei mir ist jetzt heute, es ist jetzt ja da unten, bei mir ist jetzt der Aufnahmeding drüber, jetzt sehe ich es selber nicht, die Uhrzeit. Ich glaube 17.44, genau, 29. So, schaut das aus. Ich gebe den Titel ein, hier die Beschreibung, hier ein paar Stichwörter. Was mir gerade immer so einfallen. Ich hab da immer nichts Bestimmtes, aber was mir gerade so einfällt. Ähm, ja, Motocross könnte ich noch reinschreiben, aber ich glaube, das heißt nicht so die extreme Auswirkung, dass ihr hier auch mal dabei seid. So, dann muss man hier einmal kurz wieder was ändern, dann kann man wieder auf Speichern klicken. Dann müsste das eigentlich wieder auf Bearbeitung springen oder auch nicht, ist egal. Jo, ja, Name muss man finden. So, dann schaue ich hier nochmal ganz kurz rein. Letzter Abonnent vor einem Tag, was zumindest hier wieder, ähm, aufscheint. Luis Lieniger, Spaß am Spielen, Sebastian Groß, Tönerbudenali, geiler Name, geiler Name. Kriege ich gleich einen Gustaventöner. De Fabrikat, Thomas Barnes, Barnes, Ist das ein Motocrosser? Ich weiß nicht. Schwer zum Sagen. Ja, kann sich jeder selber vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie es selber ist, die meinen Kanal abonniert hat. Da ist wohl einer ein bisschen lustig. Dann Peter, Letz, Pauli und, und, und. Ihr seht es selber. Das schaut euch Motocross aus. Die Spacken. Auch ein geiler Name. Max Winkler, Tim Hoffmann. Gehen wir da mal weiter runter. Ja, Kamera aber ist nicht aktiviert. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt gerade nicht gefunden. Falls ihr wer fragt. In der letzten Videos habe ich meine kleine Cam oben gehabt. Ehrlich gesagt, ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Macht da mal nichts. Aber ich wollte unbedingt das Video jetzt da raufknallen. Lukas Krüsel. Eisenbahn and Pyrofreak. Eisenbahn. Also, da hätte ich sicher einen Zuschauer, wenn ich jetzt den Train Simulator starten würde. Auch witzig. Mischa. 14,11. Finde ich auch nett. Typhoon. Gehen wir da mal ein bisschen weiter. Ich glaube, so weit waren wir eh noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ihr das letzte Mal war. Vielleicht findet ihr euch ja selber auch. Ja, aber ich glaube schon langsam. Nein, Mafrik. Können wir es dann lassen? Ah, 125 Opponenten. Sehr nice. House the Gamer. Kleine Werbung gleich. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nicht drauf. Was der Kollege hier macht. Hoffi TV. Ja, ist eigentlich auch TV. Könnte ich TV auch nehmen? Hier kann man natürlich gleich einmal schauen. Hoffi TV. Hm. Bernie. Ja, also nicht Hoffi, sondern Bernie. Und generell einmal TV. TV, TV. Hm. Ja, TV. Ist natürlich so eine Frage. Let's David. Let's Bernie. Wenn wir das übernehmen könnten. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Marc-Andreas Rüther. Der schauen wir doch relativ jung aus. Der Kollege. Also bitte nicht die Sachen anschauen, die... Ja, keine Ahnung. Also zumindest einmal nicht über 18. Zumindest nicht die Videos, bitte. Aber da werden hoffentlich die Eltern ein bisschen dahinter sein. Aber Motocross und so. Alles ist natürlich kein Thema. Alles was Sport angeht. Ja, jetzt schauen wir dann schon relativ lang. Hier wieder ein Motocross anscheinend. Aber jetzt werden wir dann zum Ende kommen hier. Geil. Was heißt das? Das würde mich jetzt interessieren. Ist das was Arabisches? Also ich kenne mich null aus. Aber falls du mich hörst und mich verstehst. Würde mich interessieren, was das übersetzt vielleicht heißt. Wie haben wir dann danach? Zündwerk. Ja, geil. Ich schaue da einfach nur durch und sage nichts mehr. Ähm, Hubschrauber. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, Moment einmal. Was haben wir da eigentlich aktuell? Größe, Beliebtheit. Was haben wir da eigentlich? Wow, Razer Games. 4.000? Der hat sogar mehr wie ich. Haha, geil. Razer Games. Cool Sache. Okay, Hubschrauber. Ninja Gaming HD. Ja, natürlich cool, wenn wir sich da gegensätzlich vielleicht auch ein bisschen Werbung machen könnten. Was hat der da? Kronos. Ja, cool. Hier sehen wir die... ganzen Abonnenten, die wir selber auch genug Abonnenten anscheinend haben. Na, geht schon unter 200. Jo. Das soll es dann auch schon langsam gewesen sein. Herzlichen Dank. Ein paar Vorschläge würden mir... sehr gut gefallen, wenn es ihr da was habt für mich. Ja, Bild muss ich mir selber entzogen mit BB oder ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Wenn wir mal einen Namen haben, dann suche ich mir auch noch ein neues Bild aus. Ähm, man kann den Namen eh mehrmals ändern, nicht dann sofort, glaube ich, würde ich weiß es nicht, aber nach einer gewissen Zeit kann man ihn dann theoretisch eh auch wieder ändern. Aber das finde ich irgendwie nicht so mit dem großen R. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, den sehe ich jetzt einmal und den brennt man sofort ins Gehirn rein. Also, normal geschrieben, ohne den großen R und ohne den b, nur Bernie LB, könnte man sich schon eher dann vielleicht so merken. Wird mir irgendwie besser gefallen. Ja. Also bitte haut unten die Vorschläge raus, die euch einfallen. Ja, eine Frage ist halt auch neu. Aber ich habe auch kurz überlegt, ob ich, ja, einen zweiten Kanal ist, glaube ich, nein. Ich glaube, das ist, es, nein, das bringt nichts. Es ist, man kann keine Sumptnails noch machen, erst nach 100 Videos, glaube ich, wenn man es hochgeladen hat. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, den Motorsportfreunden wird es jetzt nicht so, hoffentlich nicht so stören, wenn ich auf andere, wie es hochlade, ist so egal. Man braucht es ja nicht anschauen. Ähm. Ich schreibe es mir einfach rein, was ich davon. Haltet's. Aber ich glaube, zweitkanal, glaube ich, bringt nichts mit Strategie und Shooter zum Beispiel. Oder nur Strategiekanal, oder ich weiß es nicht. Nur den Motorsportkanal alleine machen, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, im Prinzip, das können wir so lassen, wie es ist, glaube ich. Ist, glaube ich, schon besser. Zweitkanal, nein, das bringt nichts. Das ist weniger wie hochziehen oder irgendwie weiter, nein. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Wer sich das anschauen will, schaut es sich an, die Strategie und die Shooter-Sachen, wer nicht, dann nicht. Ich glaube, das ist ja kein Problem, oder? Jeder kann sich dann aussuchen, was er gerne sieht. Und so bin ich da relativ breit aufgestellt. Zumindest mit den Sachen, was ich da jetzt habe, von Strategie über Shooter und Motorsport, kenne ich keinen. Ja, weil es auch wahrscheinlich am wenigsten bringt, aber mir macht es Spaß und, ja, was soll's. Ja, Name, Logo, werden wir hoffentlich demnächst was Neues finden und ihr werdet es dann eh sehen, wenn ich es dann ändere. Hintergrundbild lasse ich jetzt einmal wieder Motocross-mäßig was drinnen. Ich würde sagen, das, was relativ am besten läuft am Kanal, wird dann auch der Hauptbanner in dem Sinne werden. Demnächst wird es aber wahrscheinlich Valentino Rossi dann die Game sein. Ich glaube, da wird es auch abgehen mit den Zusehern. Joa, 1.5. Realistisches Ziel. Und mit Walei. Mal schauen, ob wir dieses Jahr noch an die 2000er angratzen. Das wäre natürlich schon mein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mit eurer Unterstützung schaffen wir das auf jeden Fall. 1.376. Absoluter Wahnsinn. Riesen Danke nochmal an alle Abonnenten. Joa, in diesem Sinne, schönen Sonntag. Bis dann, ja, wir sehen uns in den Videos ab Montag wieder. Bis dann, ciao, ciao.